Na Simon? Hast du mal wieder keinen Plan? Wieso? Warum? Das bestätigt meine Vermutung. Damit es dir nicht so geht wie Simon, zeigen wir dir in diesem Video, wie man einen Schaltplan erstellt. Dazu schauen wir uns verschiedene Stromkreise an, vereinfachen die Stromkreise auf das Wesentliche, zaubern eine ganze Palette Symbole aus dem Hut und konstruieren zu guter Letzt noch ein paar Beispielschaltpläne. Elektrizität, Strom, der Zaubersaft aus der Steckdose. Ein Leben ohne Strom ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Wir bringen in diesem Video etwas Ordnung in den Kabelsalat. Mit dieser Flachbatterie und einer Glühlampe kann ich den kleinsten und minimalistischsten Stromkreis überhaupt bauen. Wenn das mal nicht beeindruckend ist. Die Glühlampe stellt eine Verbindung zwischen den Polen unserer Batterie her, der Strom fließt durch die Lampe und sie leuchtet. Ah, verdammt ist das heiß. Der Stromkreis ist zwar geschlossen, aber reichlich unelegant. Es wäre geschickt, wenn ich diese Lampe nicht die ganze Zeit festhalten müsste. Und schon kommt dieses elektrische Gemüse hier zum Einsatz. Jetzt nehme ich zwei dieser Kabel und verbinde sie mit den Polen unserer Flachbatterie und der Halterung der Lampe. Die Kabel dienen hier eigentlich nur als Verlängerung, denn auch sie können den Strom leiten. Sonst bleibt aber eigentlich alles gleich. Wenn wir jetzt noch einen Schalter mit in den Stromkreis einbauen, dann haben wir die wichtigsten Stromkreiselemente beisammen, um damit allerlei verschiedene Stromkreise zu zaubern. Die wichtigsten davon findet ihr in unserem Video zu einfachen Stromkreisen. Dieses Meisterwerk hier haben wir genau aus diesen Elementen gebaut. Und ich finde es so schön, dass ich es für die Nachwelt festhalten möchte. Vielleicht willst du es ja nachbauen. Aber wie kann ich diesen fabelhaften Stromkreis dokumentieren? Gestatten, Balthasar von Blitzdings. Ich bin Stromkreiszeichner. Stromkreiszeichner? Stromkreiszeichner. Äh... 70 Teile und ich entwerfe ein atemberaubendes Kunstwerk. Klassisch, romantisch, barock, Rokoko. Such es dir aus. Ich kann alles. In einem Monat ist es dein. Ein Monat? Du Einfallspindel hast doch den Schuss nicht gehört. Ich mache jetzt einfach selber ein Foto davon. Tach. Bei einfachen Schaltungen ist Fotografieren eine mögliche Lösung. Aber wenn die Stromkreise komplizierter werden, wird es schnell verwirrend. Auf diesem Bild hier können wir zum Beispiel nicht sicher erkennen, welches Kabel wohin geht. Überkreuzen sie sich oder nicht? Bei komplexeren Stromkreisen brauchen wir also eine andere Lösung. Nein. Äh, vielleicht... Es geht bei der Dokumentation von Stromkreisen ja nicht um Schönheit oder Fotorealismus. Wir wollen uns das Abbild vom Stromkreis ja nicht an die Wand hängen. Es zählt einzig und allein, dass man erkennen kann, welche Bauteile im Stromkreis verbaut sind und wie sie verbunden sind. Ich kann auch abstrakte, kubistisch, futuristisch oder Pop achte, wenn es ein bisschen funky sein soll. Eine Reduktion auf einfache Grundformen zum Beispiel. Also schlecht ist die Idee ja nicht. Aber dafür brauchen wir keine Kunstform, sondern einfach eine gegenständliche Darstellung. Hier ist eine elektrische Quelle mit zwei ziemlich langen Kabeln mit einem Schalter und einer Lampe verbunden. Die Kabel liegen in Knäueln herum. Für eine gegenständliche Darstellung vereinfachen wir das Ganze. Die Zeichnung enthält alle wichtigen Bauteile, nur sehen die nicht mehr ganz so realistisch aus. Aber auch für so eine Zeichnung braucht man immer noch viel Zeit. Um den Stromkreis zu dokumentieren, können wir die einzelnen Elemente noch weiter vereinfachen. Wie wäre es denn mit Symbolen? Die elektrische Quelle vereinfachen wir zu einer langen und einer kurzen Linie. Diese beiden Striche stehen für die Pole der Batterie. Der Minuspol ist der kurze Strich, der Pluspol der lange. Für die Glühlampe zeichnen wir dieses Symbol. Ein Kreis mit einem Kreuz drin. Und als letztes der Schalter. Der sieht so aus. Der Schalter kann geöffnet oder geschlossen sein. Das Kabelgewirr vereinfachen wir durch gerade Linien. Wichtig, die Linien knicken immer im rechten Winkel ab, also bei 90 Grad. Und fertig ist unser Schaltplan. Ein Schaltplan enthält alle wichtigen Bauteile und wie sie verkabelt sind. Dabei werden die ganzen unwichtigen Details ausgelassen. Also ob das Kabel verknäuelt ist und ob wir so eine oder so eine Glühbirne haben. Um einen Schaltplan erstellen und lesen zu können, müssen wir uns auf die gleichen Symbole einigen. Sonst würde ja jeder Schaltplan anders aussehen. Wie so oft in der Physik gibt's aber auch dafür schon eine Norm mit allen Symbolen. Also eine Art Katalog. Das Symbol für unsere Glühlampe ist das hier. Ein Kreis mit einem Kreuz. Es gibt aber auch noch andere Lampen. Zum Beispiel eine Leuchtdiode oder LED. Die müssen wir anders zeichnen. Nämlich so. Oder eine Glimmlampe. Die sieht in Wirklichkeit so aus und ihr Symbol ist das hier. Das sind nun mal drei Beispiele für Lampen. Und es gibt auch bei den Stromquellen große Unterschiede. Eine Batterie bekommt einen langen und einen kurzen Strich. Der lange steht für den Plus, der kurze für den Minuspol. Aber es gibt ja auch noch weitere elektrische Quellen wie die hier. Bei manchen Quellen liegt genau wie bei einer Batterie eine Gleichspannung an. Die sehen dann so aus. Statt einer kurzen und einer langen Linie zeichnen wir hier nur noch zwei Kreise. Und über die schreiben wir ein Plus und ein Minus. Deine Steckdose zu Hause können wir so aber nicht vereinfachen. Denn die hat keine Gleichspannung, sondern eine Wechselspannung. Dafür brauchen wir ein anderes Symbol. Die kleine Schlangenlinie über den Punkten signalisiert uns, dass es sich um eine Quelle mit Wechselspannung handelt. Und es gibt noch viel mehr Bauteile. Das kostet aber extra. Eine Spule, ein Kondensator, ein Widerstand, Strommessgerät, Spannungsmessgerät etc. etc. Um da nicht den Überblick zu verlieren, findet ihr auf der Leifi-Seite und auf dem Spickzettel am Ende des Videos eine kleine Auflistung der wichtigsten Bauteile. Eine Kleinigkeit gibt es noch zu erwähnen. Ihr müsst natürlich nicht alle Symbole wie hier horizontal zeichnen. Man kann das auch vertikal machen. Mit diesen ganzen Elementen können wir jetzt ein schickes Schaltplanmenü zusammenstellen. Bon Appetit! Hier nochmal unser echter Stromkreis. Eine Batterie, zwei Lampen und drei Kabel. Als Schaltplan sieht das dann so aus. Die Batterie bekommt wieder dieses Symbol. Die beiden Lampen werden zu Kreisen mit Kreuzen und dazwischen packen wir die Leitungen. Und natürlich alles in schönen 90 Grad Winkeln. Man kann die Lampen auch hier oder hier einzeichnen. Wichtig ist nur, wie die Stromkreiselemente verbunden sind und dass unsere Kabel immer im rechten Winkel abknicken. Das ist übrigens der Schaltplan einer Reihenschaltung. Die heißt so, weil alle Schaltelemente der Reihe nach im Stromkreis vorkommen. Und hier ein Stromkreis mit zwei Schaltern, einer Spannungsquelle und einer Lampe. Hier wird es schon schwieriger. Die Spannungsquelle ersetzen wir durch dieses Symbol. Die beiden Schalter sehen so aus und liegen übereinander. Von der Quelle geht ein Kabel in Richtung der Schalter, aber es teilt sich in zwei Kabel auf. Daran schließen wir jeweils einen Schalter. Hinter den Schaltern laufen die Kabel wieder zusammen und wandern zur Lampe. Die Lampe zeichnest du wieder als durchkreuzten Kreis. Und von da aus fehlt uns nur noch ein langes Kabel, das die Lampe wieder mit der Spannungsquelle verbindet. Jetzt hast du gesehen, dass sich die Kabel auch in mehrere Kabel aufteilen können. Solche Stromkreise nennt man Parallelschaltungen. Ein weiteres Beispiel dazu sieht so aus. Batterie, zwei Lampen und jede Menge Kabel. Wie sieht hier der Schaltplan aus? Ist es A oder B? A. A. Die Antwort ist A. Das ist eine Parallelschaltung. A. Ja, äh, richtig. Ding, 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 ding. Das macht dann 70 Goldtaler für dich. Hier. A. Ja, juhu. Endlich. Da kann ich mir doch meine Meisterschaltung im Rokoko-Stil verewigen lassen. Und was würdest du dir von so einem Montagsmaler hier malen lassen? Schreib es mir mal in die Comments. Oder schreib uns einfach all deine Fragen. Jetzt kommt noch ein bildgewaltiges Kunstwerk im Brutalismus-Stil. A. Hä? A. Der Spickzettel. A. Ah. 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 Ah. Vielen Dank.